Diese gesunden Bagels ganz einfach selber machen, dann drück auf Abonnieren und ich zeig's dir in 30 Sekunden. Als erstes machen wir den Teig, dazu mischen wir einfach die flüssigen Zutaten mit der Hefe und geben dann das Mehl dran. Dann schaut er wirklich so gut aus. Ich muss das 1 Stunde rosten lassen. Weiter geht's und jetzt ist ganz wichtig das Loch in der Mitte und ich müsste es unbedingt eine Minute im Wasser kochen. Sesam drauf und ab in den Ofen. Dann ist es so unglaublich flammig, wow. Jetzt belegen, ich habe Reuchelachs und Avocado genommen, ist echt ein mega Combo. Der ist echt der Wahnsinn. Drückt's gerne auf Abonnieren für mehr geile Rezepte. Euer Dominik. Ciao.